Burgas Burgas, ist die viertgrößte Stadt Bulgariens und liegt an der südlichen Schwarzmeerküste. Der Hafen Burgas ist der größte Hafen und einzige Rohölhafen Bulgariens sowie der Heimathafen der bulgarischen Überseer-Fischfangflotte, der Schwarzmeermarina und der Küstenwache. Die Stadt ist das Zentrum der bulgarischen Fischfang- und Fischverarbeitungsindustrie. Der Flughafen Burgas ist nach dem Flughafen Sofia der meistfrequentierte Flughafen Bulgariens. Burgas Die heutige Stadt hat einen thrakisch-römischen Ursprung und kann auf eine über 3000-jährige Geschichte zurückblicken. Die antike Siedlung in der Gegend Slat-Kite-Kladensi auf der Nährung Cum-Luca im heutigen Stadtteil Bobeda wird als Hafen der thrakischen Könige bezeichnet. Die heutige Stadt entwickelte sich aus mehreren in der Umgebung gelegenen Orten, die wichtigsten davon waren Doyletum, Boros und Aquae-Kalide. Burgas ist eine touristisch überregional bekannte Stadt. Die geografische Lage zwischen mehreren unter Naturschutz stehenden Seen, das Schwarze Meer, die antiken und mittelalterlichen Siedlungen und die Festivals ziehen nicht nur Besucher aus den Balkanländern, sondern aus ganz Europa und Asien an. Die Kathedrale der heiligen Brüder Kirill und Methodius und das Naturschutzgebiet Poder wurden in die Liste der 100 nationalen touristischen Objekte in Bulgarien aufgenommen. Das Klosterswetter Anastasia auf der vorgelagerten gleichnamigen Insel ist das einzige im Schwarzen Meer erhaltene mittelalterliche Inselkloster. Schutzpatron der Stadt, der gleichzeitig auch über Seeleute und das Meer wacht, ist der heilige Nikolaus, der am 6. Dezember gefeiert wird. Stadtteile Die Stadt Burgas setzt sich aus 15 Stadtvierteln zusammen. Akazite Bratjamila de Novi Gono Ezzarovo Dolno Ezzarovo Zornitsa Iskrev Lasur ist das Viertel, das direkt an den Meerespark grenzt. Obgleich einige der höchsten Plattenbauten aus sozialistischer Zeit sich hier befinden, erlebt Lasur einen Aufschwung, der sich unter anderem durch den Bau neuer moderner Apartmenthäuser bemerkbar macht. Losovo Medenrutnik Petkios Laveikow Pobeda Sarafovo entstand 1922 als eigenständiger Ort in der Nähe des heutigen Flughafens, also etwa 10 Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Benannt wurde der Ort nach dem gleichnamigen Architekten, der den Grundriss von Sarafovo plante. 1987 wurde die Ortschaft als Viertel in die Gemeinde Burgas eingegliedert. Kreimurie Wassra-Sterne erstreckt sich entlang des Güterwahnhofs bis zum Hafen. Geschichte Burgas-Anfänge liegen in der Antike als auf dem Gebiet der heutigen Stadt einen Marktplatz entstand auf dem griechischen Siedlern der nahen Kolonie Apollonia, dem heutigen Sozopol, mit den thrakischen Fürsten der Umgebung Handel betrieben. Einige Forscher vertreten die These, dass es sich dabei um den Hafen der thrakischen Könige handeln kann. In der spätrömische Zeit war Burgas unter dem Namen der Felddum, später Devild genannt, bekannt, einer unter Kaiser Vespasian im ersten Jahrhundert nach Christus eingerichteten militärische Kolonie. Der heutige Name der Stadt leitet sich aus dem römisch-germanische Burgus ab, laut einer Inschrift 154-155 nach Christus aus Pantschewo während der Zeit Antoninus Pius. 138 bis 161, bzw. unter dem Stadthalter von Defeltum Julius Commodus Orphytismus errichtet wurde und in späteren Zeiten zum Synonym für die sich daraus entwickelte Stadt wurde. Der Standort dieser Burg ist heute unbekannt. Eine ähnliche Etymologie hat der Name der spanischen Stadt Burgos. Die heutige Stadt entwickelte sich aus mehreren in der Umgebung gelegenen Orten, die wichtigsten davon waren Deultum, Boros und Aquae-Kalide. Die Bäder von Aquae-Kalide wurden im Laufe der Geschichte nachweislich von mehreren bedeutenden Herrschern besucht, neben Philipp II. von Makedonien unter anderem auch von den oströmischen Kaisern Justinian i. und Konstantin IV., dem bulgarischen Herrscher Terwes sowie dem osmanischen Sultan Süleyman i. 708 schlug der bulgarische Herrscher unmittelbar nördlich vom heutigen Burgas in der Schlacht von Ankiallos den byzantinischen Kaiser Justinian II. Und damit wurde die Region Sagure mit Aquae-Kalide und Defeltum zum ersten Mal in das bulgarische Reich eingliedert. In den nächsten Jahrhundert war die Region zwischen dem bulgarischen und dem byzantinischen Reich umstritten und Herrschaft über ihr wechselt oft. 1206 wurde während des vierten Kreuzzuges der Baderort Aquae-Kalide, der mittlerweile unter dem Namen Thermopolis bekannt war, vom lateinischen Kaiser Heinrich zerstört, später jedoch von Bulgaren und Byzantinern wieder aufgebaut. Der Feldtum und Pyrgus wurden etwa 1367-1368 von den Osmanen unter Sultan Moradi, erobert und später an Byzantin verkauft. Sie gerieten um 1453 gemeinsam mit den anderen nahegelegenen Küstenstädten als eine der letzten Städte im heutigen Bulgarien für Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft. Dabei wurde Doeltum zerstört. Die Stadt konnte sich in den folgenden Jahrhunderten nicht erholen und spielte in der osmanischen Geschichte keine Rolle mehr. Thermopolis und Pyrgus blieben erhalten und wurden als Bäder für die osmanischen Sultane ausgebaut. In Poros errichtete der osmanische Sultan Bayezid II. Für seinen Hof im Siftlik, etwa Bauernhof. Die ehemalige Festung Pyrgus existierte lange nur als Fischersiedlung. Ab dem 17. Jahrhundert stieg der Export vom Getreide kontinuierlich über den Hafen Burgas an und die Stadt überholte Sosopol als wichtiger Getreidehafen in der Region. In den Nech. Geografie Von den drei Seen, die in direkter Nähe zu Burgas liegen, ist der Mandra-See, auch genannt, mit 38 Quadratkilometern der größte. Er befindet sich südlich von Burgas und grenzt teilweise an das Viertel Medenrothnik. Seit dem Bau eines Dams 1963 wurde aus dem Brackwassersee ein Frischwassersee, der unter anderem auch eine Wasserreserve für die Neftochim-Burgas-Öl-Raffinerie darstellt. Teile des Gewässers sind streng geschützt und beherbergen 250 Vogelarten, von denen viele in der roten Liste Bulgariens zu finden sind. Beim 27 Quadratkilometer großen Burgas-See, der von den Vierteln Pobeda, Dolno Esrovo, Gorno Esrovo und Slavaiko sowie einem Teil der Industriezone umgeben ist, handelt es sich um ein Gewässer mit einer durchschnittlichen Tiefe von 1,3 Metern und einem Salzgehalt um die 4 bis 11 Prozent, der auf der Via Pontica liegt, dem östlichen Nord-Süd-Migrationsweg der Zugvögel. Auch ist der Burgas-See der größte natürliche See des Landes. Der dritte im Bunde ist der Athanasoffsee nordöstlich der Stadt. Der etwa 17 Quadratkilometer große See liegt nicht weit vom Flughafen entfernt und wird durch einen Sandstreifen in zwei geteilt. Wegen des hohen Salzgehalts von 27 Prozent und der geringen Wassertiefe von maximal einem Meter eignet er sich sehr gut zur Salzgewinnung. Seit 1906 werden hier jährlich bis zu 40.000 Tonnen mehr Salz produziert. Der nördliche Teil wurde 1980 zum Naturschutzgebiet erklärt und beherbergt unzählige Tierarten, unter anderem zwölf bedrohte Vogelarten wie die Zwergschabe, der Krauskopf-Berlikan oder der Wachtelkönig. Partnerstädte Partnerstädte von Burgas sind Alexandro Apolis, Krasnoda, Poti, Rotterdam, San Francisco und Jentai. Mit dem Flugzeug der Internationale liegt zehn Kilometer nordöstlich des Stadtzentrums. Insbesondere von April bis Ende Oktober fliegen unzählige europäische Chartergesellschaften Burgas an. In den Wintermonaten sind internationale Flugverbindungen über London und Moskau möglich, es gibt täglich einen Flug nach Sofia, oft über Warner. Der Flughafen ist von der Innenstadt nur durch den Athanasosee getrennt, der teilweise über Ab- und Landeanflug überflogen wird. Die Buslinie 15 des städtischen Verkehrsbetriebs Burgas-Bius verbindet den Flughafen mit der Innenstadt von Burgas. Die Linie 15 verkehrt täglich zwischen 5 und 3 und 20 Uhr im 25-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof über das städtische Klinikum, das Lasur-Stadion, dem Stadtbezirk Sarafowot zum Flughafen. Mit der Bahn der Bahnhof von Burgas liegt in direkter Nachbarschaft zum Hafen. Es handelt sich um einen sogenannten Sackbahnhof. Es gibt tägliche Verbindungen mit der Hauptstadt Sofia, die Fahrt dauert gute 6 Stunden. Zwei verschiedene Linien führen in die Hauptstadt, eine über Kopristitsa, Karlovo, Kasanlak, Sliven und Karnobat, die andere über Passatsheg, Plovdiv, Stara-Sagora, Jambol und Karnobat. Da die erste durch die Berge führt, ist die Fahrt malerischer und landschaftlich reizvoller. Die Fahrkarte kostet um die 15 bulgarische Leva. Mit dem Bus Busse sind in Bulgarien, wie in ganz Südosteuropa die bei weitem beliebtesten Transportmittel und stellen eine schnellere Transportmöglichkeit als der Zug dar. Die Preise sind äußerst interessant, die Verbindungen zahlreich und reichen bis in die entferntesten Winkel. Der regionale Fernverkehr wird durch Buslinien von den zwei Busbahnhöfen durchgeführt. Vom Busbahnhof Juk, Süd, neben dem Hauptbahnhof führen Verbindungen zu allen Küstenorten in der Provinz Burgas, zum Flughafen Burgas, Linien 15, und nach Warner. Der Busbahnhof Zapat, West, neben dem alten Bahnhof ist der Knotenpunkt für Transitverbindungen und ins Landesinnere. Buslinien nach Sofia und im Sommer nach Istanbul verkehren stündlich von beiden Busbahnhöfen. Internationale Busverbindungen bestehen zu den größeren Städten Südosteuropas. So verkehren Bussen zwischen Burgas und Istanbul im Sommer im Stundentakt. Verbindungen existieren auch nach Sesele-Niki, Athen, Bukarest, Skopje, Belgrad. Auch aus einigen Städten in Deutschland bestehen Busverbindungen nach Burgas. Auf der Straße mit dem Auto von Sofia, gilt also gemeine Hand auch, wenn man aus Westeuropa kommt, kommend geht es am schnellsten südlich am Balkangebirge entlang über der Autobahn A1 Trakin vorbei an Plovdiv, Stara Sagora, Nova Sagora an Schliven, Karnobat bis nach Burgas. Von Süden, also von der türkischen Grenze her, Kirklareli ist die nächste größere Stadt auf der türkischen Seite, über die D555 E87, türkische Seite, auf die 9 E87 über Malkotanovo, Grammatikovo, Balgari, Isgrif durch das Stransi-Gebirge bis zur Küste und dann nach Norden auf der Küstenstraßen an Kiten, Primorsko und Susopol vorbei nach Burgas. Kommt man aus Rumänien, Bukarest, am besten über die 5 E70 nach Süden über Georgiou nach Russe und von dort weiter auf der 2 E70 über Raskrad bis kurz vor Schummen, wo die Autobahn A2 beginnt und bis nach Vana führt. Von der rumänischen Schwarzmeerküste folgt man einfach der 9 E87 der Küste entlang bis nach Vana und immer weiter nach Süden über Obsor bis nach Burgas. Mit dem Schiff Fährverbindungen bestehen zu den Schwarzmeerhäfen Poti, Novorossiik und Port Kavkas Mobilität Alle Sehenswürdigkeiten Burgas liegen im Stadtzentrum oder in unmittelbarer Nähe, man kann sie also bequem zu Fuß erreichen. Will man andere Stadtviertel erreichen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste und schnellste Transportmittel ist das Taxi. Taxen findet man an vielen Straßenecken, meist sind sie an ihrer gelben oder goldenen Farbe und einem Schild mit der Aufschrift Taxi, zu erkennen. Alle Taxen müssen mit einem Zähler ausgerüstet sein. Fahrten innerhalb Burgas sollten im Allgemeinen nicht mehr als 5 bis 6 bulgarische Lever kosten. Weitere Alternativen sind Busse und Rollibusse. Zwar gibt es viele Haltestellen, doch sind diese leider nicht immer klar gekennzeichnet, so dass es manchmal notwendig sein kann, sich bei Passanten zu erkundigen, wo die nächste Haltestelle zu finden ist. Auch Fahrpläne sind relativ schwierig zu finden. In unmittelbarer Umgebung vieler Haltestellen gibt es kleine Kioske, in denen Fahrkarten verkauft werden. Die Fahrt kostet 60 Stottenki. Die Fahrkarte muss mittels an den Wänden des Busses angebrachten Lochern entwertet werden. Es finden regelmäßig Kontrollen statt. Moderne Busse sind sehr selten, oft handelt es sich um importierte Gebrauchtfahrzeuge älteren Formats. Mit dem Auto ist es so eine Sache, man sollte keinesfalls erwarten, dass die anderen Verkehrsteilnehmer die Straßenverkehrsordnung genauso beachten, wie man das aus Westeuropa gewohnt ist. Daher am besten auch nicht auf der Rechtsvorfahrt bestehen, sondern gegebenenfalls auch mal bremsen. Offizielle Parkplätze sind selten und meistens gebührenpflichtig, daher parken die meisten Bulgaren wild. Hauptsache ist, dass Einfahrten, Garagen oder andere Fahrzeuge nicht blockiert werden. Neben der Kathedrale gibt es einen gebührenpflichtigen Parkplatz, von dem aus die Fußgängerzone bequem zu erreichen ist. Sehenswürdigkeiten Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts spiegelt sich die dynamische wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Hafenstadt auch in ihrer Architektur wieder. Obwohl heute architektonisch die schnell errichteten Flüchtlingsunterkünfte und die Architektur der sozialistischen Jahre die Stadtviertel und ehemaligen Gemeindedörfern prägen, wurden in Burgas 264 Gebäude aus unterschiedlichen bulgarischen und europäischen Stilrichtungen zu Kulturdenkmälern ernannt. Festungen und Grenzwall Im Umkreis von 40 Kilometern befinden sich über 150 antiker und mittelalterliche befestigte Siedlungen, darunter Apollonia, Sozopol, Ankiallos, Pomori, Meembria, Nessebar, Etos, Eitos, und Rosokastron. Kirchen Weitere Kirchengebäude sind die bulgarisch-orthodoxen Kirchen Heilige Dreifaltigkeit, Heilige Marie Geburt und Heiliger Beimensografski sowie die römisch-katholischen Kirchen Heilige Marie Himmelfahrt und Heilige Mutter Gottes. Das Kloster Heilige Mutter Jesu befindet sich zwischen den Vierteln Medenrutnik und Gornoeserovo. Bauwerke Die Stadtverwaltung von Burgas ist im antiken Stil gebaut. Museen Parks Verschiedenes Das regionale Zollamtsgebäude wurde 1911 als letztes administratives Gebäude am Bahnhofsvorplatz erbaut. Das Projekt stammt von dem österreichischen Architekten Weinstein. Den Bau leitete der bulgarisch-österreichische Architekt Georgi Fingo. Stilistisch stellt das Gebäude eine Mischung aus dem späteren Neoklassizismus und dem Ekliktizismus dar. Aktivitäten Mitte März wird das Festival für zeitgenössische, DT. Schaltet die Stadt ein. Durchgeführt jedes Jahr im Mai und September findet im Meerespark die Blumenschauflora statt, sowohl im Park selbst als auch überdacht in Zelten. Im August findet der Nationale Musikwettbewerb Burgas und das Meer sowie das Internationale Folklorefestival statt. Anfang August wird auf dem Stadtstrand des Pop- und Rockfestivals Berit of Burgas ausgetragen. Im Dezember, rund in den Feiertag, 6. Dezember, des Stadtpatrons finden viele Aktivitäten und Konzerte statt. Einkaufen Wie in allen größeren Städten Bulgariens sind auch in Burgas die Geschäfte im Allgemeinen von 9.30 Uhr oder 10.00 Uhr bis mindestens 20.00 Uhr geöffnet. Die großen Supermärkte und Ketten befinden sich etwas außerhalb des Zentrums, wo hingegen die kleineren Läden und Geschäfte direkt im Zentrum zu finden sind. Die beiden Haupteinkaufsmeilen sind die Bogoridi-Straße, die vom Meerespark bis zur Stadtverwaltung führt, und die Aleksandrovska-Straße, die vom Bahnhof bis zur Universität verläuft sowie deren Seiten Straßen. An der Aleksandrovska-Straße gibt es zwei kleinere Einkaufszentren, das Birgos Shopping Center und das Tria City Center. Letzteres liegt auf dem Truckerplatz. Auf der Suche nach nicht-bulgarischen Büchern kommt man am Buchladen Helikon kaum vorbei. Dieser liegt am Truckerplatz ungefähr auf Höhe des Springbrunnens, und zwar auf der linken Seite von man von der Aleksandrovska-Straße hinaufkommt. In der Buchhandlung findet man im ersten Stock vor allem englische, aber auch einige deutsche und französische Bücher. Großeinkaufszentren sind Burgas Plaza, Galeria Burgas und das Trend am Stadtrand, sowie Birgos Plaza und Shopping Maltria in der Fußgängerzone in der Innenstadt. Alle großen bulgarischen Handelsketten sind in der Stadt präsent. Unter den großen Supermarktketten sind auch Billa, Metro, Lidl, Kaufland, Penny und Piccadilly zu finden. In der Nähe von Metro und Piccadilly befinden sich auch die Elektro-Großhandel-Technopolis und Technomarket, in denen man neben allen möglichen Elektrogeräten auch Zubehör wie Kabel, Ladegeräte, Batterien für Fotoapparat, Laptop und so weiter finden kann. All diese Geschäfte befinden sich im Viertel Slavajkov. Nachtleben Unterkunft in den Küstenviertel Sarafowo, Lazzor und Kramurie sind vor allem kleinere Familienpensionen zu finden, während sich die größeren Hotels im Stadtzentrum befinden. Günstig Mittel Gehoben Lernen in Burgas gibt es folgende Universitäten und Hochschulen, die Asensla-Taru-Universität Burgas, die Freie Universität Burgas, nimmt am Austauschprogramm Sokrates Erasmus teil, sowie einen Zweig der amerikanischen Universität Bulgarien. Im Bereich des sekundären Unterrichtswesens sind verschiedene Gymnasien zu erwähnen, die alle eine bestimmte Fachrichtung als Spezialität aufweisen. Gesundheit Burgas ist das gesundheitliche Zentrum Ost-Bulgariens. Die Kliniken der Stadt betreuen in Notfällen die gesamte südliche bulgarische Schwarzmeerküste sowie den Südosten des Landes. Unter den großen Kliniken sind das erste und das zweite städtische Krankenhaus, die privaten Krankenhäuser der Vamaria und Life Hospital sowie das balneologische Sanatorium in den Mineralbädern von Burgas. Darüber hinaus verfügt die Stadt über eine Augenklinik, eine Stomatologie, eine Psychiatrie, eine Onkologie-Klinik, ein Militärkrankenhaus und weitere kleinere Kliniken. Zur Zeit, Januar 2012, werden im Viertel Medenruthnik ein weiteres Krankenhaus und eine Kinderklinik gebaut. Praktische Hinweise Die Alte Post befindet sich im Stadtzentrum gegenüber vom Bahnhof und der Provinzverwaltung. Ausflüge Nesse bei mit der malerischen Altstadt Die Alte, die auf einer Halbinsel gelegen ist, befindet sich knappe 30 Kilometer nördlich von Burgas. Sosopo liegt 33 Kilometer südlich von Burgas am Schwarzen Meer und zeichnet sich durch eine wunderschöne Altstadt aus, die wie auch Nesse bei von typischen Häusern aus der Wiedergeburtszeit geprägt ist. Pumuri ist eine kleine Stadt etwa auf halbem Weg zwischen Burgas und Nesse bei und einer der bekannten Weinregionen des Landes. Zu entdecken sind unter anderem das Salzmuseum und ein trakisches Hügelgrab. Das Naturschutzgebiet befindet sich im Süden von Burgas bei derseits der Schnellstraße, die Burgas mit Sosopo verbindet, und wird von den Vierteln Pobeda, Medenrutnik und Kraymurea umfasst. Diesem Feuchtgebiet ist ein wahres Paradies für Ornithologinnen und Naturliebhaber, da hier unzählige seltene Vogelarten beobachtet werden können. Bester Ausgangspunkt ist das Naturschützzentrum, das über die Buslinien 5, 51, 17 und 18 erreicht werden kann. Es stehen auch Gästezimmer zur Verfügung, sollte man übernachten wollen. Adresse, Nature Conservation Centre Poda, p.o. Box 361, 8000 Burgas. Telefonnummer plus Fax, 056-850-540, 056-850-541. E-Mail, poda.psbb.org, Eintrittspreis, Studenten 1 bulgarischer Luh, Erwachsene 2 bulgarische Lever, Vortrag 10 bulgarische Lever, einstündige Führung 15 bulgarische Lever.